ich so und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ark der vulcano wieder dabei ist der ollie aca purespielen und in der letzten folge hat ollie gesagt dass er gegriffen hat und jetzt hier ist er auf die low bob art ja aber als farmtier wegen chitin und kreativen wir brauchen eine zementpaste ist jetzt nicht für zucht oder für die sammlung da kommt nur max level ran 120 theoretisch hätten wir den auch probeln können ja aber irgendwas brauchen wir ja für chitin gut dann fang ich hau rein aua getroffen halt passt weil ich immer mal ein paar sekunden warten oder ja du bist ja jetzt entspannt wenn meine stamina noch reicht ja meine stamina reicht noch so können wir schön gucken was er da treibt 92 ist schon mal kann man was mit anfangen ja von anfang reicht definitiv da hinten habe ich gesehen wenn noch feine übrig sind ist ein männlicher steko auch noch am rumlaufen hier direkt neben dem zu themen wird sich uninteressant aber wir haben ein weibchen dann kriegen wir schon mal eier für kibbel ja stimmt was bringt steko kippe mit was kann man damit themen auch weiß ich jetzt aus inter nicht da habe ich auch gerade gehört passiv und wenn der zunahme am säbelzahn kommt würde dazu beißen weil dann kriegen wir genug eier für kibbel weißt du ja weil wenn wir hinter alles mit kibbel themen dann haben wir perfekte tiere 120er mit kibbel 179 perfekt ja dann macht das züchten auch wieder mehr spaß ja klar ja wieder ist ja hochgedreht ne der hat schon ganz schön schaden aber du schießt doch mit cross oder ja dann ach du hast doch eine lupe guckerein die lupe habe ich noch nicht gemacht jeder ob sie denn kristalle das haben wir alles hier alles in der smith sie er liegt das man erst aus hungern dann kriegt er direkt prime dann kriegen man am höchsten die lupe ja für so ein fall ist doch gar nicht mal so schlechter ding so nein weiter fliegen einer der öfen ist aus ne zwei dann gehe ich mal holz besorgen wir haben echt einen geilen spot hier gibt es echt alles die tiere sind in der nähe alles ist in der nähe ich liebe den spot jetzt schon ja ich mach mal level 92 wo achte der wo hier oben ja hier oben also ein bisschen weiter hinter wo ist hinter rechts jetzt links jetzt links hier wo ich stehe hinter mir da ach wir ok ich gucke als männchen oder weibchen gehe ich mal gucken das eine war ja ein weibchen das 112 war aus der letzten folge das sind zwei rex aber egal ich gucke gerade einmal level 96 und einmal level 92 und es ist ein pärchen mit bonus das wird extrem hart ich versuche die mal weg zu locken ja ja weil kämpfen können wir knicken und betäuben brauchen wir erst mal richtige material wie gesagt ich gehe jetzt denn erstmal narkos haben ja klar nachdem ich mir die lupe gemacht habe ja logisch muss gucken nur dass sie nicht zu nah zu uns kommen ich habe eine lupe ich hatte noch nie eine lupe mal direkt gebaut als herauskam aber das war dann auch ich glaube gerade eier während der rex da ist da war so ein schönes kleines rosa das muss doch mal ein petri ok man muss aber trotzdem ziemlich nah ran ja aber der hat fast 1000 leben also hat 950 in der seelwitter tiger na super das doch eigentlich ich fliege nur mal schnell um was zu trinken auch jetzt sind es schon drei rechse er ist noch ein dritter dazu gekommen ja ich versuche die gerade weg zu locken wieder über die klippe ja definitiv hallo rechse hier lag nicht gallimus ich bin vogel geflügelt ist gesünder hallo interessieren sich nicht obwohl ich in die rein weiße da hätten wir ein perfektes pärchen für das erste ja aber wie gesagt da hinten ist 112 weibsche aber die kriegst du die kriegen wir jetzt mit unserem mittel noch nicht gelegt wie gesagt ich kümmere mich um die darts ja ich kriege die nicht weggelockt keine chance interessieren sich überhaupt nicht weiß in die rein wie blöd laufen trotzdem den anderen viehzeug hier hinterher den brontos ok sind jetzt erstmal weit genug weg ja die sind ganz schön weit weg ja und wenn sie ihrem weg folgen gehen sie immer weiter weg richtung obelisten hinten hinter den roten ja die laufen richtung roten ja ich würde sagen wegen der gallimus ist hier gerade lang gerannt weiß wie wir die am besten zu kriegen könnten mit einem theming käfig das stimmt locken was er rein dann durch genau oder mit dem vogel halt drüber fliegen die gehen dann durchs tor weil die ja gerade stur fliegen materialen würden wir zusammenkriegen war klar ganz schnell und wenn es das s plus zeug ist ist dort auch alles kein problem und das kann man dann wieder mit einpacken genau dann würde ich sagen machen wir sowas haben wir jetzt mal schnell können auch nur die gates bauen ja das ist ja schon praktisch schlüssel so an der seite so ein turm ja ja klar zum hochklettern pass auf dann haben wir jetzt schnell das material dafür bevor die wieder zurückkommen und bauen uns ein mega gate und 56 dino gates ja weil die können ja nur durch mega dg geht gehen aber durchs dino geht können wir die einsperren schnell gesetzt weise ja dann machen wir das haben wir jetzt material für schnell für dino gates es plus ist nicht gerade der schnellste ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich lerne schnell dino s plus dino ne stone geomod geomod metall warst du ein großes was ach das kannst du nur in der s plus bauen was und dann eine sauerer gateway das habe ich doch schon gelernt wie eine saueria gateway ach stone doorframe gibt es nicht in s ich würde ich jetzt nicht an hätten das gibt es nicht in s plus ernsthaft ich hole den patchy haben ach jetzt habe ich den stege auch eingegeben scheiß egal das wollte ich nämlich nicht ja ich locken runter die guck du mal noch mal nach aber die dino geht gibt es wohl nicht in s plus dann ist das die geld mod ok egal das ist jetzt auf jeden fall das günstigste ja was auch kein s plus geht ne doch da nur geht hast du down gateway s plus doch nur in stone oder was da gibt es ein stone dino dino und der dino finde ich nichts gibt man dein geld und da okay gar fahrt garte geht stone dino geht ah das habe ich deutlich mehr er genau genau es plus wurden dino wurden geld wäre das günstige und dann brauchen wir nur ein biomoth geld oder brauchen wir auch nicht wir können es auch weglassen wenn der eine reingelockt hat tut der andere von hinten einfach eins bauen ist vielleicht noch besser da können wir auch so machen dann bauen wir diese geht's ich habe sie da oben die kosten 60 140 billig super zwei drei sechs neun ich würde sagen zwölf stück brauchen war dann sind wir auf der sicheren seite dass wir auch beide reinkriegen ja ok jalla jalla ungefähr was die weit sind ungefähr weg die sind richtung roten obelisk wo wir herkommen ok jetzt brauche ich nur noch fibers müssen da wir dürfen nicht den siebenzentiger vergessen mhm also brauchst du jetzt holz holz und 40 steine pro rahmen brauchen wir brauchen zwölf stück von den dingern dann sind wir auf der sicheren seite dass wir beide reinkriegen und das ist ja nicht verschwendet da können wir immer wieder mitnehmen als theming bereich ist ja viel einfacher dann für uns echt keine verspendung das ist auch so groß da müssten wir auch ein paar und sowas rein kriegen dann bei drei mal drei mal drei vielleicht sogar dem pronto dann wird er uns nicht angefressen entklappen bei schaden hälfte leben weg er ist alles vanilla da habe ich nichts dran geändert fiverr ja das soll ja auch so nur geschwindigkeit ist bei manchen sachen halt wegen den videos aber nicht leichter nur schneller so das erste habe ich schon gebaut inklusive tür ich bin jetzt mal nur holz ich glaube direkt kommen wieder näher jetzt gucken 140 pro geld also 300 pro mal neun knapp 3000 also wenn der bronto da fällt ich fahr mal hier holz dann weiß ich bescheid die sind in der nähe und wieder eins anbauen wird mir auch gut ich bin ja ich bin selbst unterwegs ich habe ein bisschen was mitgenommen um unterwegs zu kraft wo soll ich das jetzt hinlegen in der smithy meinetwegen soo jetzt habe ich schon zwei hast du auch noch farbers ja hab ich noch genug sauber oh guck mal nach einem säbelzähnchen ach ja popo ist noch mehr als genug da müssen wir uns erstmal nicht drum sorgen ups sehr schön ohne satsche soo noch eins jawoll sorry noch zwei ok jetzt ist nicht im schlafen zwei wegen oh die prontos kommt glaube ich wieder in unserer nähe die rechse ja ok ah ne die laufen in die andere richtung sauber ich habe schon vier stück also fehlt nicht mehr allzu viel jetzt wird's z-mangelware bring ich vielleicht fetschen mit mhm nein weh richtig geht es jetzt auch erstmal in die smithy ich bin voll und habe schon wieder duscht ne wasserleitung ah das ist ein bisschen doof hier ja aber wir sind ja auch die ganze zeit zwischen den fortschüssen und so die rechse kinnen echt alles mhm die sind ja voll am rummetzeln naja genau kommen wir mal näher weil die prontos auch so nah sind ja kommen wir erstmal fatsch ja die jagen auch die ganze zeit zusammen ne ja wurden auch immer mehr kam ein anderer der hat sich direkt angeschlossen ach sie ist nicht meine spitzhacke reparieren ne der jene rex ist level 4 ja der hat sich den einfach angeschlossen ich mein besser geht es ja nicht mit so großen brüdern repair item endlich alles instant reparieren geil wenn du willst hier sind vier tore die kannst du schon mal irgendwo setzen gucken wie viel wir wirklich brauchen ich habe mir gedacht drei lang drei breit drei tief weil es sind ja zwei aber wenn die richtig stehen kannst du es ja erst richtig sehen also wie breit also wie lang ich habe gedacht dreimal dreimal drei aber musst du mal gucken wenn zwei nebeneinander sind ob das vielleicht schon reicht für zwei rechse ja ich gucke jetzt gleich mal wir haben hunger fünf und sechs hätte ich schon fertig geht eigentlich recht zackig jetzt wird auch steinmangelware gut holz und patch ist noch mal in der kiste mhm dann gehe ich jetzt eine runde steine holen auch mal ja gott sagen nicht viele für oh die forges sind raus ja ja ich weiß ich habe aber jetzt erstmal schnell die tore ja ich wollte mir noch schnell bär holen ok hattest du dachte ich jetzt hoch an hast du die tor genommen nein wo sind die drinne in der smutti hab ich gar nicht gesehen so smutti wo sollen die hin such dir ein plätzchen aus warte hier sind noch zwei äh drei kommt jetzt sogar noch mehr noch eins und noch eins ist unterwegs glaub dann haben wir hier noch ja dann haben wir acht aber noch ein stein ne schade ne stein ist nicht das doch steine fehlen mir kann mich nur nicht bewegen ist da hinten im mörser noch was welche gucke ja haben wir müssen eigentlich noch was haben und habe ich vorhin schon raus geklaut im letzten ja haben wir noch super bringen wir schnell her ich glaube ich noch einiges bauen noch zwei jawohl ups zwei zack weiter kommt noch ein tor zwei tore kommen noch uiuiui doch alles s plus ja alles s plus also ist keine verschwendung so durch jetzt müsstest du neun stück haben oder ja ne 10 ja perfekt alles gut platz komm direkt mit ups genau würd sagen genau ja ja siehst gut aus ok ist egal ob die falsch rum sind oder ist egal bürgen türen soll ich nur eine kleine lücke lassen dass man durchschießen kann kannst du aber kann man hinterher am vogel auch du kannst sogar durchlaufen ok perfekt super ja brauchen wir schon drei ne ja genau so da kannst du die türen rein machen das ist hinten dann noch links rechts und vorne musst du offen lassen muss dann halt später schnell die rahmen setzen wenn ich mit den rexen reinkommen oder umgekehrt so die öffnen automatisch das müssen wir abschalten ich mach das schon schließen da schließen sich auch automatisch wieder wahr ja 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 äh auto close only switch to manual da ist es doch switch to manual switch to manual switch to manual ja aber jetzt in dem fall wäre es natürlich schlecht weil die backen so ein teil dadurch baust du links und rechts noch die rotore ja ja bis bald setzt sich dann direkt auf manuell äh das jetzt sah soll durchlaufen gut jetzt so rein also hier noch so eine reihe oder Die Türen müssen noch überall rein. Und drei lang, würde ich es machen. Ich habe noch drei Tore. Ich dachte, wir hatten zehn. Noch zehn. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind das schon wieder. Drei hast du noch? Drei habe ich noch. Dann eins hier ungefähr, so. Vielleicht schräg. Das hier gerade. Oh, das ist nett sogar. Das dann in der Mitte nur noch eins fehlt zum Schluss, wo ich die Rechse durchlocke. Was du dann schnell setzt. Genau. Oh, hier noch. Dass das dann in die andere, zur anderen Richtung zeigt, dass die dann... Na, musst du gerade setzen, so, dass das zu der Spitze hier kommt. Oh, nee, das würde passen. Ja? Okay, dann setz noch die Türen in die anderen rein. Ah, der ist noch auf. Auto. Auch noch Auto. Äh, meinst du, die halten das aus, die Tore? Äh, hoffen. Uiuiuiui. Durch hoffen. So. Genau. Das sieht ja schon mal ganz vernünftig aus. Dann kann man ja zur Not, also hier so durchschießen und zur Not hier durchrennen. Ganz genau. So, dann müssen wir jetzt nur noch das Narkotikzeug dafür haben, dann können wir uns die hier reinlocken. Oh, die kommen schon ganz schön nah. Ja, wir müssen ja schnell Narkotik. Weil, wenn wir die jetzt schon einsperren, kauen die uns bestimmt die Tore durch. Ja, stimmt. Wir könnten, glaube ich, auch langsam mal Prime-Eat holen für die... Für den Dinges. Ja, ja, Prime-Eat ist aber, glaube ich, oben drin. Ja, dann machen wir den Servatoss fertig. Gucken wir eben, ob hier genug Prime drin ist. 2, 4, 6. Ja, ja, ja. Der Rex ist schon ziemlich nah an den Gate. Ich sehe es. Der prügelt sich mit dem Pronto der davor war. Ja. Okay, dann lass uns mal das Prime umlegen, oder? Ja. Ja. Ah, bist du dabei? Ab zum Kätzchen. Wamste? Ja. Boah, schon wieder falsch an. Transfer all. So. Ja, bei. So, dann können wir uns... Hat perfekt... Immer wie mein Agenthaus am Anfang. Hat perfekt geklappt. Genau. So, dann sind wir hier für die Folge raus. Wir sehen uns dann bei der nächsten wieder. Wir machen soweit offscreen, dass ihr dann direkt seht, was hier mit den Rexen fehlen. Und dann wird's spannend. Wird jetzt schon spannend. Dann, ciao, ciao. Und bis zur nächsten Folge. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und auch bei den anderen mal mit reingucken. Bis dann. Ciao.